Das ist Tom Hoyle und wir spielen Deep Underground, die neue DC-Kampagne. Ja, und auf geht's! Und Sean kickt hier... Oh ja, gut. Mhm, mhm. ok dann gehen wir hier rein die breite können wir kaufen das kann er machen das kann er machen ist eine gute idee jetzt auch schon los so kommt jetzt immer langsam was könnten noch das machen und mal einfach da werfen etwas gefunden hoffentlich treffen wir auch 82 dann lass mir die dann mal hinbringen habe ich vorher gesehen hier so hoffentlich ist hier vorne irgendwas 80 kann ich mich noch einigen da war noch vorher was noch kein wasser gefunden gut da ist er auch 90 so 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 ist jetzt ein bisschen kritisch dass das schon ausgeschloppt ist so auch noch irgendwas so das wasser wenn wir irgendwann noch brauchen haben wir leider ein bisschen verkehlt hat das auch noch wasser und das hat aber von so 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 gut dass das jetzt nichts mehr kostet noch so 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 wir sind erst juli da wird nichts mehr drin sein wenn wir mal hier auf das 2.000 euro oder öl austritt oder so so machen wir dahin august ist hier leer gesorgt das wasser ist egal ja gut 1000 euro drei riesen haben wir plus gemacht also easy easy lemon squeezy bis zum nächsten mal ciao ciao